Grüß euch! So, 21. das Fenster haben wir heute und ich möchte euch wieder ein Lied vorstellen, ein weiteres Lied und das kommt auf mein Album auf, was jetzt im Frühjahr 2016 erscheinen wird und Februar wird es nicht ganz ausgehen, aber es wird das Frühjahr bleiben, aber das hat auch einen guten Grund, nämlich dass meine zwei Companionis, nämlich der Stefan Heiner und der Börns Funky Fingers Fellner, die für 2016 einen guten Teil meiner Auftritte mit mir spielen werden, die wirken auf diesem Album dann jetzt schon gleich mit, also wir machen das gleich mal ordentlich und ordentlich und schießen gleich mal RCD raus, es wird zu eurem Öhrvorteil sein, auf jeden Fall. Ja und auf dieses Album kommt eine Nummer drauf, die heißt wann sonst, wann nicht jetzt und auf das Lied freu ich mich schon, wenn das fertig ist und rauskommt und es geht einfach darum, wann sonst, wann nicht jetzt, warum schieben wir manche Sachen auf, warum tun wir nicht einfach einmal, man muss in seinem Leben einmal Blödheiten machen können. Ich sag's ganz ehrlich, ich meine jetzt nicht damit, dass man sein ganzes Leben lang herumrennt und sich benimmt wie ein Arschloch, das soll so nett sein natürlich, aber einfach einmal so Chancen ergreifen, wo man sich sagt, man hätte vielleicht da die Sicherheit, aber vielleicht gehen sie da einmal ehrlicherweise weiter, man muss da mal schauen. Und hin und wieder ist es einfach so, dass man Chancen auslässt und das Lied befasst sich mit der Ausgangssituation, dass möglicherweise eventuell morgen die Welt nicht mehr steht. Was würdet man machen, wenn wir wissen, es ist die letzte Nacht. Ja, das möchte ich euch jetzt vorstellen, ganz kurz einmal so, einmal ein Stroferl und ja, dann freut euch vielleicht gemeinsam mit mir auf wann sonst, wann nicht jetzt, das Album heißt, wie neu geboren und kommt im Frühjahr 2016 raus, bei Joke Brothers Records von mir, für euch. Und so schaut's aus. Da schau her, die Welt ist am Ende, wir haben verpasst die Wende, und jetzt stehen wir da, 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 schau her. Ja, schön weit haben wir alles gebracht, schau, wie es überall draußen kraft, uns bleibt nicht einmal mehr, eine ganze Nacht. Wir haben wirklich gehabt, wir haben Sorgen, das schon hört sich schon auf der letzten Sturm, wir können uns keine Zeit mehr bogen, vielleicht haben wir schon kein Morgen mehr. Mal nicht sonst, mal nicht jetzt, mach mal uns, allein mal der Hitze, mach mal's gern, wann's jetzt gern geht, vielleicht ist später, schon zu spät, schon zu spät, schon zu spät. Das kann ein bisschen zu spät, das kann ein bisschen zu spät. Ja, aber sonst mal nicht jetzt, im Frühjahr 2016 auf dem Album Wien eingeboren, erhältlich. Ihr merkt's vielleicht seit gestern, die Platinose ist zu, die Stimme ist belegt. Jetzt bin ich froh, dass ein bisschen eine Pause ist. Ja, werden wir ordentlich einmal da fressen. Kekse und Fleisch und alles, was es gibt. Und ja, dann schauen wir uns mal wieder fit werden, weil am 31. Dezember spiele ich mit dem Sir Wolfgang Trötzmüller und mit dem Gerald Gribaum einen Silvestereinleiter im Salon im Donauplex. Wer noch nix vorhat, fuhr Silvester, wir spielen von halber 8 bis um 9 Eier. Salon sperrt wie voriges Jahr um 10 Uhr. Das heißt, eine Hineingeleitung in den Jahreswechsel und dann kann ich da machen, was er will. In diesem Sinne, danke, dass ihr wieder reingeschaut habt und morgen gehen wir Christbaum kaufen. Da werde ich euch einmal zeigen, wie der Don das macht. Normal. Danke, grüß euch. Machen wir es gleich, wenn es jetzt gleich geht. Vielleicht ist es später, schon zu spät. Schon zu spät.